Hallo, herzlich willkommen bei Airyumi. Ich habe heute meine Tochter schon durch den wunderschönen Herbst in den Kindergarten gefahren, komme jetzt gerade zurück, habe riesen Hunger und ich mache euch heute Porridge Deluxe und zwar ganz ganz zackig, ohne viele Worte heute, weil der Magen knurrt. Okay, bis gleich. Ich habe diese Hü地in gefahren und dass eines Branden mit der Magen knurren und die Magen knurren. Das war's für heute.